Ich grüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge der Veri-Arzneimittelbilder für Tiere. Heute geht es um den Vergleich der China-Rinde, die Rinde des China-Baumes als homöopathische Arznei, die gerne verwechselt wird mit China. Übrigens auch ein Korbblütenblümchen, wenn man so will. Ich habe euch das schon mal vorgestellt bei Arneca, Bellisperennis, Calendula und so weiter. Es gibt jede Menge Korbblütler und China gehört eben auch hier dazu. Mein Name ist Peggy Schmar, ich bin Homöopathin und Tierhomöopathin seit 30 Jahren. Ich bilde Tierhomöopathen aus, habe also eine eigene Schule und ich stelle euch hier in dieser Serie gerne Arzneimittelbilder für Tiere vor. Nicht mit allen Informationen, da könnten wir stundenlang drüber sprechen, aber so das wichtigste Leitsymptome, sogenannte Leitsymptome, die euch zum Arzneimittelbild führen. Und heute geht es eben um China, wie das Land, die China-Rinde und Zina, der sogenannte Wurmsamen, beides mit C wie Cäsar am Anfang. Ich beginne jetzt mal mit der Rinde des China-Baumes. Es ist interessant, dass Samuel Hahnemann bereits vor ca. 250 Jahren, als er angefangen hat, homöopathische Arzneien herzustellen, dieses als erstes prüfte. Und unter Prüfen dürft ihr euch jetzt nicht vorstellen, wie unter Laborbedingungen, sondern er saß damals in seinen Gewölben, vielleicht waren es Kellergewölben, keine Ahnung, und hat einen Artikel gelesen, dass die China-Rinde, wir kennen das auch heute noch, die chininhaltige Arznei wirksam sei bei, damals hieß es Wechselfieber, heute sprechen wir von Malaria. Er wollte mal ganz genau wissen, warum funktioniert das? Und er war ja überhaupt auf der Suche nach hochwirksamen Arzneien, er war ja Arzt und Apotheker für seine Patienten, dass vor allem die Kriterien hatten, sehr schnell wirksam, anhaltend wirksam und vor allem natürlich auch nicht giftig, weil wenn ihr euch, wir haben ja schon ein paar wirklich giftige Arzneimittel besprochen, zum Beispiel bei der Donnerbrunnen Nachtschatten, das ist ja hochgiftig, die Tollkirsche oder Akonita, Sturmhut oder viele andere auch, meistens ist es sogar so, wenn es ganz besonders giftige Pflanzen sind, tragen die auch eine ganz besondere Heilwirkung in sich. Also das war all sein bestrieben, die reinen Arzneien, das gilt jetzt nicht nur für Pflanzen und sondern auch Mineralien, tierische Produkte und so weiter, eben sie erstmal ganz stark zu verdünnen, um ihre Giftwirkung auszuschalten, weil das ist wunderbar, dass Bella Donner eine Arznei ist bei hohen Fieberschüben, aber es nützt ja nichts, wenn ich den Patienten dadurch vergifte. Also ein ganz starkes Verdünnen, böse Stimmen sagen ja auch, drum wirkt ja die Junge Partie gar nicht, weil ja gar nichts drin ist, egal wie ich, geht es einfach mal darüber hinweg, die sogenannte Arzneimittelprüfung, die Hahnemann als er als erstes ausgeführt hat, war mit der Rinde des China-Baumes, er hat ja früher selbst sehr viel mit Pflanzenarzneien, die damals bekannt waren, mit Urtinkturen, Salben und so weiter, seine Versuche gemacht, auch viel behandelt in eigener Praxis, dachte sich eben, das muss irgendwie, ja ich kann meine Patienten nicht vergiften, wenn ihr nochmal weiter zurück geht in der Historie im Mittelalter, es gab ja viel Syphiliskranke, die wurden behandelt mit Quecksilberpräparaten, Merkurius, habe ich euch vorgestellt, bei den Mineralien, eine besonders wirksame Arznei, aber im Mittelalter, man kannte ja dann ja noch keine homöopathisch dynamisierten Mittel, sondern eben, man verwendete Quecksilbersalben, das war wunderbar, die Syphilis und Hummel waren weg, aber der Patient verstarb dann oft einfach an Quecksilbervergiftungen. Also das war Hahnemann ein wichtiges Anliegen, die Mittel hochwirksam zu gestalten, aber eben ungiftig, darum auch die starke Verdünnung und jetzt müsst ihr euch vorstellen, hat also doch viel probieren und am eigenen Leib eben mit der China-Rinde und auch später mit Familienmitgliedern, mit Schülern und so weiter, ganz viele sogenannte Prüfungen erstellt. Also die gesunden oder relativ gesunden haben diese dynamisierten Arzneien eingenommen und dynamisiert heißt also stark verdünnt, später verschüttelt und auf dicke Bücher, früher hat man da sogar die Bibel mit einem schönen, dicken, fetten Ledereinband genommen und da diese verdünnten Arzneien geklopft, um sie zu dynamisieren und jetzt könnt ihr euch das so vorstellen, die Materie nimmt zwar immer mehr ab, der Arznei, ja, also durch das starke Verdünnen, aber das Arzneiwesen wird wie wachgeküsst, also die Arznei in ihrem ganzen Heilwesen kommt stärker zum Vorschein, so können wir uns das vorstellen und dann eben, je nachdem wie das verarbeitet ist, gibt es eben auch die sogenannten Potenzen C6, C4 bis zur C3 wird normalerweise verrieben, ist ja auch eine Art Verdünnung, mit Milchzucker verrieben, später dann verdünnt in einem Alkohol-Wasser gemischt, jetzt mal ganz, ganz kurz erklärt, meine Schüler in ihrer Ausbildung lernen, das ist also Wienz mit allen Details und wir verreiben auch selbst in der Gruppe, um das mal zu erleben, das ist fast wie, ja, wie eine eigene Arzneimittelprüfung, als wenn wir ein Mittel einnehmen, wenn wir das selbst herstellen, das ist also ein ganz, ja, richtiger Prozess eigentlich. Also Hahnemann, er ist die Arznei, die China-Rinde, schon deshalb ist es wert, sich wirklich auch mit dem Stoff zu beschäftigen. Was jetzt hierbei besonders ist, es ist ein Zustand, ihr kennt das, alten Büchern oder Geschichten oder Filmen, wenn ihr diese Delirienartigen Fieberschüge, diese Kranken mit dem Wechselfieber, die lagen da nieder und haben vor sich hin gefroren und geschwitzt. Wir haben durch das viele Schwitzen, sei es auch vielleicht Durchfälle, die vorausgegangen sind, haben wir, nennen das in der Homöopathie, einen sogenannten Säfteverlust durch Schweiß, durch Durchfälle und so weiter und dann sind die ja so im Fieberdelirium oft, dass die auch nicht genug trinken, die trocknen also richtig aus. Die Folgen von Säfteverlust, das kann also auch anschließend an irgendeine heftige akute Infektionkrankheit sein. So entsteht also ein kinakranker Zustand. Die Haut ist richtig kalt, es muss nicht nur Fieber sein, Fieberschübel, sogenannte Wechselfieber, wie es damals hieß, sondern eben auch, hatte ich neulich jetzt gerade erst, ich glaube, das hat mich auf die Idee gebracht, über das Mittel noch zu sprechen. Es gibt auch Untertemperatur, das ist ja noch gefährlicher, eigentlich lebensfeindlicher als Fieber, wo der Organismus, der Kranke, sei es Tier oder Mensch, ankämpft gegen irgendwelche Krankheitsstoffe, sondern die Untertemperatur, da hat der Organismus schon fast aufgegeben. Also ich habe einen starken Kollapszustand, der mit meistens einer starken Kälte einhergeht. An was erinnert euch das? Ich habe euch schon mal eine Arznei vorgestellt. Bei den Mineralien erinnert ihr euch? Das sogenannte Arsenikum-Album. Da habe ich über ganz ähnliche Dinge erzählt. Ganz starke Kälte, große Schwäche und da kann ich eben ja dann auch China differenzieren. Je komplizierter die Krankheitszustände werden, umso spannender ist ja auch die Mittel zu vergleichen. Ein anderes Kollapsmittel wäre auch zum Beispiel Kampfer, gibt es auch homöopathisch. Es ist auch eher bekannt als Hauptantidot, also wirkungsauflösendes Mittel. Homöopathische Mittel sollten nie in die Nähe von Kampfer, das riecht ja auch so ganz stark, gelagert werden, weil es oft als sogenanntes Antidot dienen kann. Aber Kampfer gibt es eben auch homöopathisch dynamisiert und ganz schlimme Kollapszustände bis hin zum nahenden Tod. Arsen, wie gesagt, oder Carbovegetables habe ich euch auch bei den Mineralien vorgestellt. Da habt ihr also schon einige dann zu vergleichen bei diesen heftigen, kalten, kollabierten Zuständen. Genau. Und also die Kälte, es kann auch mal eine Zyanose, also eine Blauverfärbung vorhanden sein, habe ich euch auch bei Carbovegetables vorgestellt. Und aber am ähnlichsten würde ich fast sagen, ist Arsenikum Album. Kann also als Folge einer heftigen, akuten Erkrankung, die vorausgegangen ist, die viel mit Schwitzen einherging, vielleicht beim Pferd oder bei Menschen. Hund und Katze werden wir jetzt weniger den Säfteverlust durch Schwitzen haben. Aber stellt euch vor, eine säugende Kätzchen, die hat also zum einen gibt sie ja Säfte her, sie stillt ihre Jungen und dann bekommt sie noch einen heftigen Durchfall. Das kann zu einem China-Zustand führen oder auch zu einem Carbovegetables Zustand. Da kennen wir das auch, wo der Mutter und die Jungen und dann alle Durchfall haben und immer schwächer werden. Dann haben wir bei China auch natürlich Verdauungsbeschwerden. Der gesamte Leberstoffwechsel kann gestört sein, die Milz kann geschwollen sein, die Leber kann geschwollen sein, ein sogenannter Iktarus, eine Gelbfärbung von Haut und Schleimhäute kann auftreten und eine große Abmagerung. Und wie gesagt, die Schwäche, die ist wirklich, geht oft einher auch mit Bluterkrankungen. Ich brauche China ganz oft bei dem Blut Parasiten von Hunden aus südlichen Ländern. Ehrlichjose, Barbiesjose. Habt ihr sicher als Hundehalter schon mal gehört von diesen Geschichten. Oder eben Pferde, die sehr stark schwitzen, die dann in so einen Kollaps-Zustand geraten. Das sind wichtige Leitsymptome der China-Rinde. Und jetzt vergleiche ich das Ganze heute mal, damit wird es nämlich sehr gern verwechselt, mit dem sogenannten Wurmsamen-Zina. Also Zina auch mit C, aber eben nicht mit Haar, sondern Zina, der Wurmsamen. Also ein Korbblütler ähnlich wie Anika, Calendula. Und das muss ich auch vergleichen mit Camomilla. Ist ja ein weiteres, ein weiterer Korbblütler. Da habe ich auch Verdauungsbeschwerden, Bauchschmerzen und Zina. Bei Zina ist jetzt noch stark im Vordergrund, ähnlich wie wir es von Camomilla kennen, die Widerwilligkeit, die Errehbarkeit, das Heftig-Launische. Vielleicht kennt ihr das. Camomilla lässt sich ja nur beruhigen, wenn ich das Kind rumtrage, wie es oft bei Zahnungen vorkommt. Und ähnlich ekelhaft ist eben Zina. Und auch wenn es jetzt Wurmsamen heißt, und wenn ihr bei Google das Ganze mal nachschlagt, dann wird euch Zina und Apotanum gerne als sogenanntes Entwurmungsmittel homöopathisches fortgeschlagen. Ich bitte euch damit sehr kritisch umzugehen, weil wenn ihr schon ein bisschen mit der homöopathischen Denkweise vertraut seid. Wir arbeiten ja nicht nur linear, Würmer ist gleich und dann eine homöopathische Arznei, wie nach dem Rezeptbuch, sondern es müssen schon gewisse Leitsymptome vorhanden sein. Bei Zina ist das zum Beispiel, es kann also ein Wurmbefall, nehmen wir auch ein Spulwurmbefall, da sein, aber mit einem starken Juckreiz der Nase und des Arftes. Das Tier würde sich also dann da reiben, die Nase, die Nüster reiben, am Popper am Arft, da kratzen, beißen. Das wäre also ein schönes Leitsymptom von Zina. Kinder bohren dann zum Beispiel viel in der Nase, aber ich brauche es sehr viel häufiger bei den sogenannten zentralen nervösen Störungen. Ich habe euch schon mal was erzählt über Epilepsie beziehungsweise Epileptiforme, Krampfanfälle und da kann Zina von angefangen von unwillkürlichen Ticks, Zuckungen, wie wir es manchmal auch bei Headshakern haben, bei den Pferden, bis hin zu Epileptiformen Anfällen, also die auch vom zentralen Nervensystem, also vom Gehirn ausgehen, bis hin zur echten Epilepsie und zwar haben wir da eben, ich lese hier gerade mal nach, ja da steht auch nur Krämpfe, Zuckungen, der Glieder, das Pferd, äh das Pferd, sage ich schon, der Klient, das Tier kann aufschreien, kann Zähne knirschen dabei. Was haben wir denn hier noch? Ja es kann schielen dabei und diese Anfälle können regelmäßig stattfinden. Da muss sich also auch differenzieren zu einigen anderen Mitteln der Epilepsie und an dieser Stelle möchte ich nochmal betonen, bitte liebe Tierhalter, kommt nicht auf die Idee und behandelt euren Hund, der vielleicht unter epileptischen Wiederkennten Anfällen leidet. Selbst das ist viel zu schwierig und zu komplexes Thema, bitte überlasst das einem erfahrenen Homöopathen. Ich habe sehr viele Epileptiker in Behandlung, sei es jetzt ausgelöst durch Narkosen, durch Impfung, durch familiäre, durch Vererbung ist es auch sehr häufig oder eben später im Alter durch eine Minderdurchblutung im Gehirn, wie auch beim alten Menschen. Bitte überlasst das erfahrenen Therapeuten, aber ihr selbst könnt wunderbar akut behandeln, eure Familie, eure Haustiere und denn ich spreche hier mit diesen Audios nicht nur Therapeuten an, sondern euch als Tierhalter in erster Linie eigentlich sogar. Also Zähne ein wichtiges Mittel für die Nervenempfindlichkeit, ähnlich wie Carmomilla, das ist ja auch wahnsinnig empfindlich, leicht erregbar und Bauchschmerzen können also bei Cina und Kina vorhanden sein. Ich zähle jetzt nicht nochmal alle Mittel auf, die für die Krampfneigung in Frage kommen, das sind einfach allzu viele und ich habe in einem früheren Audio auch schon mal über Krämpfe und zentral nervöse Störungen gesprochen. Ich möchte euch nur einladen, wenn euch diese Mittel begegnen, schaut sie euch doch mal genauer an. Cina, die Rinde des Cina-Rindenbaumes, Hahnemanns, allererst geprüftes, an sich selbst auch geprüftes, homöopathisches Arzneimittel, also allein deshalb ist es schon, finde ich, wert, sich dem Mittel mal anzunähern, hat viel mit Erschöpfung zu tun und bei Cina stehen wirklich auch die Verhaltensauffälligkeiten im Vordergrund, das Schreien, das Erregbare, das sehr Launische. Das Tier will nicht angefasst werden und ist so richtig widerwillig und ekelhaft, ähnlich wie Carmomilla oder auch Annika möchte auch nicht angefasst werden, auch noch ein Korbblütler und da könnt ihr es ganz gut differenzieren und so lernt ihr immer mehr Arzneimittel kennen und ja, natürlich wird es auch immer komplexer, indem ihr diese Mittel vergleicht, aber das macht es auch eben unglaublich spannend und gerade in der Tierhomöopathie lernen wir wirklich sehr flexibel zu sein, weil jede Situation ist eben anders und wir arbeiten mit den Informationen, die wir bekommen. Manchmal ist das Tier ja frisch aus südlichen Ländern, aus dem Tierschutz, aus dem Tierheim, aber mit der Zeit lernst du den homöopathischen Arzneien auch zu vertrauen, den Tieren zu vertrauen und auch den Tierhaltern immer mit einzubeziehen in die homöopathische Begleitung, denn keiner kennt sein Tier so gut wie der Tierhalter selbst. In diesem Sinne hoffe ich, ich konnte ja auch heute wieder ein Stück mehr begeistern für die Tierhomöopathie. Ich freue mich, wenn du mir einen Daumen hoch gibst, wenn du diesen Kanal abonnierst, falls noch nicht getan und dann wünsche ich dir eine ganz tolle Woche. Wenn du magst, hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss!